Halt nur wo und wie? Hmm Oh Gott Ist ja alles jetzt von diesem Weber konstruktiert durchwoben Ich hab keine Ahnung wo ich da jetzt lang soll Es ist mir ein Rätsel Es ist mir ein Big Rätsel Nimm ernst ich hab keine Ahnung Weiß noch gar nicht ob ich das wiederholen kann Mikrogravitation entdeckt Hm Aber hier müsste ich ja theoretisch rein Aber nicht um in die Gatsche kommen Wo komme ich da hin Das wäre halt interessant Weil das sehe ich so überhaupt nicht Ach da Ja Leider viel zu spät gesehen Was ich das auch nicht vorher gesehen habe Ne So Auf in die Gats Ja bitte Und so schnell wie möglich dann hier diese Dingens da abwickeln Bitte warten Das hätte ich tatsächlich auch schon vorher machen können Aber ich wusste nicht dass hier da was ist Ich hab den Terminal gar nicht gesehen Und schon gar nicht die Frachtluke da Den Wartungsschacht Mal wieder nix gesehen hat er Nix gesehen Mikrogravitation entdeckt Mhm Da unten muss ich irgendwo hin Oh shit Ah ich werde hier festgehalten von irgendwas Ach Woll nicht rum Mh Mh So 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 Programme Äh Aktivieren So Kacke Nicht dass ich hier so einen Verteilerkasten treffe So Ich hab's jetzt aber aktiviert ja Ich würde jetzt einen Frachtraum öffnen Okay Und noch eine E-Mail Die ich gar nicht lesen kann Verdammt Ja Ich mach ja schon Ich vergesse immer ne Rechte Maustaste zu drücken Wenn ich irgendwas abbrechen will Es ist immer wieder herrlich Oh shit So kam ich jetzt wieder zurück Ähm Ganz kurz Kater Oh Gott Ähm Da ne Ne Oh ich hab doch keine Ahnung Wo komm ich denn jetzt zurück Dieses Ding da ne Äh Ich muss aber essen Sonst überlebe ich hier nicht mehr lange Habe ich hier überhaupt noch Munition drin Ich weiß es gerade gar nicht Ähm Na gut ich bin jetzt nicht unter Zeitstress ne Hm Verdammt Habe ich noch ne EMP-Granate? Habe ich noch ne EMP-Granate? So Bitte warten Schade nach Geht doch Oh ja Dann ist dieser Mist auch weg Ich hasse es So Hier haben wir noch so nen Container Den können wir vielleicht nochmal öffnen Bäh Nur mit Hacker Fähigkeit Habe ich noch was zum Nein Weil ich ja vorhin unbedingt hier alles in Was war das? Hebelkraft oder sowas investieren musste Scheiße Shit Oh Gott Wo war denn das wo ich hier raus muss? Ich hab jetzt auch schon ne Ganz verpeilt wo oben und unten ist ne Frachtraum Das sieht gut aus Ich find gut dass es manchmal hier Beschrieben ist Cargo Bay und all den Krams Achso Was sind die Dinger zum Zum Ziel regener... Regenerieren Brauch ich das nicht unbedingt Wenn's jetzt Neuromod wär dann Dann seh das schon anders aus Aber so Ja nö Okay Bestätigen wir Dass wir erstmal wieder ne zurück wollen Und dann mal gucken Das wird schon Hoff ich So Kann wer da schaffen Ja vielleicht 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 aber auch eher nicht Mikrogravitation entdeckt Ne Hier Ist es nochmal Boi Mal durch die Rohr hindurch hier So So jetzt kommen wir vielleicht mal hier oben Ähm Ist das oben Ist das oben Ich habe die Orientierung verloren Sch Sch Okay Das Spiel hat sich verbuggt Super Mikrogravitation entdeckt Deswegen Wir haben ja schon gewonnen Also Hä? Hä? Auch kaum möglich Hm Yay Wenigsten etwas was hier normal ist Ähm Fehlfunktionelle Frachttransporttüren Habe ich doch gemacht Habe ich doch gemacht Also jetzt fühle ich mich ein bisschen verarscht Hm Oder wahrscheinlich kann ich diese Tür gar nicht aufmachen oder so Ich habe keine Ahnung Ich habe keine Ahnung Ich mache ja hier einfach nur Ne? So Hier Machen wir mal ganz kurz Wieder was in den Recycler einfach mal rein So Ein bisschen sortieren Jo Wollen wir mal bitte recyceln Danke Sehr freundlich Dadadada Wir wissen aber immer noch nicht wo es in die Neuromod Abteilung geht Ne? Außer wir nehmen dann den Hauptaufzug dann endlich mal Hm So eine Bereichskarte ne? Von außen wäre auch super Am besten so eine die man drehen kann oder so Wobei dann würde ich dann wahrscheinlich auch die Orientierung verlieren Hm Ich weiß ja nicht. So, einmal wieder an das Hinsetzen. Weil, ne, wenn du dann halt irgendwann hier immer wieder weiter ins Stuhl zusammensackst, ne, dann kann es ja nichts werden. Mikrogravitation entdeckt. Okay, wir sind wieder in den endlichen Weiten des Weltalls. Ist das nicht toll? Oh, uncool. Scan abgeschlossen. Neue Zivilch-Alpha-5. Ja, ja, ist ja schön. Bin weg, tschüss. So. Hier ist ein Cargo Bay, da waren wir jetzt aber auch schon zu Genüge. Wir wollen mal woanders hin. Ja, wir müssen theoretisch da hin. Aber, mich interessiert, ob wir hier irgendwo auch die Neuromod-Station anfliegen können. Wobei, wir waren da noch nicht. Wir können das dann halt auch nicht von außen anfliegen. Irgendwas ist ja immer, ne? Aber ist schon krass. Vor allem, wenn man bedenkt, wie riesig dieses Ding ist. Und wenn man dann sieht, wie riesig das Ding von innen wirklich ist. Das ist so krass. So krass, krass am krassesten. Wirklich. Hey, eine altbekannte Luftschleuse. Yeah. Nur mit halt, ne? Den Zystoinen-Nest hier. Das muss ja nicht sein. Boing. Solange wir nicht mit Highspeed dagegen ditchen, ist ja alles okay. Ich bin sicher, ich will bestätigen. Ja. Klingt komisch. Ist aber so. So. Ist schon später. Ladebildschirm, Ladebildschirm. Oh, es geht weiter. Hallo. Ach, hier sind wir. Ich schicke dir den Code zu meinem Gravitationsschacht. Sofern er noch funktioniert. Ach, das ist der Gravitationsschacht. Jetzt verstehe ich es so langsam. Oh, guck mal. Auch hier haben wir einen Weber. Immer noch. Ähm. 9, 4, 2, 2. Ich hätte mich auch reinhacken können. Alex, Büro. Es wird Zeit, dass wir hier mal auftauchen. Hm. Ich speichere aber nochmal vorab hier. So, ich bin drin. Wo bist du? Ich werde dich nicht begleiten. Keine Sorge, das ist kein Trick. Nur ein Geschenk deines großen Bruders. Es ist Wahrheit wie versprochen. Ich habe etwas gebraucht, um sie zu finden. Jemand wollte sie vor dir verbergen. Mein Computer. Noch ein Video. Sie ist dir an, dann reden wir weiter. Ich schicke dir das Passwort. Falls du dich nicht schon reingehackt hast. Okay. Okay. Eine Datei, 4 E-Mails. Schlüsse zum Königreich. Alex, habe sie gefunden. Neuromod-Abteilung. Auf einem PC-Schrank. Jemand hat sie da wohl versteckt. Zusammen mit einer Fluchttasche. Muss ich mir wegen irgendwas Sorgen machen? Sie liegt da übrigens immer noch. Server, sie müssen mir helfen. Eine verschwundene Schlüsselkarte wiederzufinden. Das sollte oberste Priorität für sie haben. Sie ist mit EP101 gekennzeichnet. Sagen Sie Bescheid, sobald Sie fündig werden. Was ist da zum reparieren? Gucke ich mir gleich an. Abnormal Operator. Wenn er abgeschaltet ist oder aus dem Bein läuft, könnte er überall sein. Habe ich Ihre Erlaubnis dazu suchen? Sind Sie ganz sicher? Wenn es diesen Operator wirklich... Das haben wir doch schon gelesen. Aber halt von der anderen Richtung. Okay. Kein Betreff. Alex, Sie haben es zu meiner Aufgabe ernannt, alle Bewohner der Station bei guter Gesundheit zu erhalten. Wenn ich mich irre, Sir, sind auch Sie ein Bewohner der Station. Sie haben bereits fünf anberaumte Fitnesstests versäumt. Wenn Sie manche der Übungen nicht vor den Augen der Mannschaft durchführen wollen, kann ich Ihnen auch gerne einen Privattermin im Fitnessbereich geben. Denken Sie daran, Sie würden nicht nur sich selbst etwas Gutes tun, sondern wären auch ein Vorbild für Ihre Mitarbeiter. Vielen Dank, Emma Beatty und Ergebnisse von Morgans Evaluation. Ihr Geschwisterteil ist wirklich ungewöhnlich. Ich habe Ihnen und Bellamy die Vergleiche zur Begutachtung geschickt. Soviel zum Lesen. Da verarschst du dich dann irgendwann nur noch. Wie Sie sehen werden, gibt es eine merkliche Persönlichkeitsabweichung, die ausgeprägter ist als all das, was ich bei starken Neuromod-Änderungen erwarten würde. Aufgrund des Zeitraums, in dem sich diese Verhaltensänderungen entwickelt haben, ist es sogar noch auffälliger. Wie angefordert, habe ich mit Morgan nicht darüber gesprochen. Interessanterweise scheint sich Morgan dessen überhaupt nicht so bewusst zu sein. Nebenbei bemerkt glaube ich, dass sich dadurch interessante Fragen hinsichtlich anderer Anwendungen von Neuromods ergeben, nicht nur in Bezug auf Therapien, sondern auch auf Umkonditionierungen. Video, Fabrikateplan Neuromod, aha. So was ich doch gerne. Und zwei Programme. LG, Steuerung, Abspielen. Video-Wiedergabe auf dem Hauptbildschirm. Bitte warten. Ich heiße Morgan, Ju. Jahr 2035. Ich bin auf der Forschungsstation Thalos 1. Was noch? Warum nehmen wir das nochmal auf? Besteht. Was? Das ist das Paranoid. Die Psychometrie-Daten zeigen signifikante Unterschiede in Persönlichkeitsmustern zwischen den Testläufen der neuen Neuromods. Von mir aus, ich fühle mich wieder wie ich selbst. Ich mein, schaust du dir an? Das ist es, Alex. Geschafft. Noch kannst du dich freuen. Gleich ist alles weg, wenn wir die Neuromods entfernen und alles zurücksetzen. Ich weiß. Auch meine Erinnerung. Geht eben nur so. Reden wir über das Backup. Also. Die Typhon-Organismen haben eine komplexe Struktur entwickelt. Material unbekannt. Zweck ebenso. Ich schätze, es ist eine Art Nervensystem. Aber ein externes. Wir warten noch auf die Analyse. Bis dahin habe ich Alex den Entwurf für ein Gerät gezeigt, das es aufhalten könnte. Sollte es ausbrechen. Alex sollte nur endlich mal zustimmen. Als ob alles dein Verdienst wäre. Was, wenn es nicht klappt? Es klappt schon, glaub mir. Was sollten wir sonst tun? Alles hochjagen? Rettet uns nicht. Und wenn es doch klappt? Ist es das wert? Die Leute nach uns werden schlauer sein. Und stärker. Unsterblich. Sollen die uns verurteilen. Ihnen wird klar sein, dass sie nur dank uns existieren. Bereit. Los. Wiedergabe Video beendet. Verdammt. Okay. Die Juh-Familie macht viel Ärger auf der Erde. Jetzt spielt sie mit Sternen und denkt, sie verbrennt sich nicht. Ich frage mich, warum sie die Kammer geöffnet haben. Uns den Himmel haben sehen lassen. Scharf. Mit Klingen. Hungrig. Überall Maschinen. Dinge. Sie können sie nicht schützen. Sie werden auch sie fressen. Danach nehme ich vielleicht ihren Anzug. Werde zu MU, hm? Komme dann ins Schatten. Das hat man auch gelesen. Nun, das ist es. Alles, was ich getan habe, hast du mir aufgetragen. Ich dachte, du glaubst mir erst, wenn du es aus deinem eigenen Mund gehört hast. Die Tests. Sie haben dich verändert. Zuerst nur wenig. Aber nach und nach hast du deine Erinnerung verloren. Mann, ich habe dich nicht mehr wiedererkannt. Ich will nur meinen Bruder zurück. Und zu Ende bringen, was wir angefangen haben. Das Gerät, das du erwähnt hast. Es ist eine fortgeschrittene Version der Nullwelle. Es ist die einzige Möglichkeit, die Typhon aufzuhalten, ohne unsere gesamte Arbeit zu vernichten. Es fehlen nur noch ein paar Messdaten von der Koralle. Dann können wir es vollenden. Hilf mir, es zu Ende zu bringen, Morgan. Und dann kriegst du meinen Sündschlüssel. Ich glaube zwar nicht mehr, dass du ihn noch benutzen willst, aber du kannst ihn haben. Auf meinem Schreibtisch liegt ein Chipsatz für dich. Du musst dein Psychoskop verbessern, um die Koralle scannen zu können. Ich schicke dir die zu scannenden Orte. Ich weiß ja nicht.